so gwenlin ist wieder gesund wir haben die koplin höhle hinter uns gelassen und ich werde jetzt die nächsten folgen erstmal nicht mehr mit allen versuchen gwenlin zu heilen denn irgendwas ist da komisch so wir haben hier nur einen händler den haben wir glaube ich mal aufgesucht und sohn und crema was natürlich schade ist also reisen wir gleich weiter nach klanek so nur um sollte wieder nach essen suchen kann was erst bei wasser legen sehr schön dann wache direkt georgon gewendeln talana heilt mal zwei besprechen auf gwenlin fünf punkte reichen weil die astral energie wird sie eh gleich wieder regenerieren gegenstand wegwerfen wieso das denn heißt hier siebel zerbrochen waffe wechseln sie hat einen bewegungspunkt na gut abwarten steht genau richtig hast du noch pfeile waffe wechseln langbogen angriff ich glaube ja dann hat nämlich keine pfeile mehr sie schon sehr und die hauen jetzt auf die schlafende lange ein die wacht stinkig auf und wollte zaubern kann sie aber nicht mehr dann lauf mal weg so georgon wird auch endlich wach randa trägt auch randa abwarten nur mürrem schläft noch friedlich so er quatscht jallen lauf ran du müsstest jetzt immer noch den rapier in der hand haben also abwarten und du haust auf den der talana angreifen will und ich bin schon wieder die maus alte gewohnheiten sterben schwer daneben so du bist überlastet du kannst gar nicht zaubern das ist nicht gut und sie ist vollkommen überlastet hat nur einen bewegungspunkt okay sie kann nicht mehr sichern dann warte mal ab machen wir für computerkampf keine magie so also talana ist überladen gewinnen ist total überladen das heißt wir müssen wirklich im waffenhändler finden aber ich glaube auch in der nächsten stadt war keiner was echt ärgerlich ist und für mich auch völlig unverständlich also ein crema ist für mich auch so eine art fandleier der kauft fast alles so da dürfte mir auch bald keine pfeile mehr haben einer fliegt so noch zwei über zwei fliehen sehr schön sehr schön silber schmuck rapier schwerter durch können silber schmuck noch mitnehmen nein können wir nicht drei du karten besser als nichts langsam schafft es wendeln wieder kräfte zu schöpfen das ist schön und wir gewalt marschieren weiter ein idealer rastplatz ein kleiner bachlauf nein wir wollen in die stadt so gwendeln körperkraft 9 von 10 sie hat jetzt inzwischen wieder fünf bewegungspunkte talana allerdings nicht also verteilen wir das gewicht mal wenig nur wohin sie hat noch platz tauschen mal leere flaschen gegen ach du bist gar nicht mehr überladen sehr schön so hier sind drei händler das sieht doch gut aus wenn es nicht so spät wäre das heißt wir suchen jetzt ein gasthaus schlafen einer suite für eine nacht dann morgen gucken wir uns die drei händler mal an ich bin mir jetzt nicht ganz sicher ob wir hier schon mal die gecheckt haben aber das werden wir gleich sehen und hier gibt es auch einen marktplatz sehr schön da könnten wir im nunfall auch noch hingehen allgemein kaufe ich aber lieber bei den händlern direkt ich denke auf dem markt wird es immer teurer sein als nötig markt volk ist ein wenig eigen so noch eine krämerin drückt die daumen dass das dort kein kräuter händler ist oder noch ein krämer kräuter händlerin ja was hast du denn so grün und belmacht da wissel kräuter sieben du karten und von den tränken gar nicht zu schweigen ok so viel geld haben wir nicht so viel geld wollen wir auch gar nicht ausgeben wir reisen denn jetzt mal einfach weiter oder nee wir gehen zum markt waffenstand wir wollen erst mal uns einschleimen aber dass ein stand auf dem marktplatz ist und hier kein richtiger name steht weiß ich nicht ob es mänlein oder weiblein ist deswegen schreiben wir erst mal so rum und jetzt wollen wir verkaufen ist das ihr sieben sie benutzen rapier also schwert fünf ducaten sind übrigens sehr schön und siebel drei ducaten das lohnt sich auf jeden fall hast du noch was auch ein ja sehr schön also ein schwert sollten wir als reserve behalten aber jetzt schon bei 32 ducaten jetzt müssen wir uns nur noch merken was die das lederzeug wert ist also ob es sich lohnt das mitzunehmen oder nicht es sind 22 silber stücke ist okay wir würden gerne feilschen und zwar 40 prozent das würde mir schon einiges ausmachen und zwar gwenlin hier habt ihr das geld sehr schön 56 ducaten schon sind wir wieder einigermaßen auf dem grünen ast dann wollen wir jetzt noch kaufen und zwar feile 80 stück das wären 4 ducaten brauchen wir noch irgendwas jeder müsste eigene waffe haben und eine ersatzwaffe ich wollte für gerogon noch in zwei hände haben das normal wenig mehr schaden macht aber sehe ich keinen na gut bei vier ducaten falsch wenn ich das haben wir nicht nötig oder so ähnlich also 82 stück sind doch ein wenig viel außerdem hätte jallon bestimmt auch noch ganz gerne welche also 40 hierüber keiner ist überladen wir haben keine ramsch mehr jetzt brauchen die elf nur noch ihre bögen in der hand und alles ist gut sehr schön soweit ja diese folge ist schon wesentlich angenehmer als die letzten wo so viel chaotisches zeug war jetzt reisen wir fleißig weiter zum nächsten nachfahren also wir mussten jetzt nach liskor und von liskor dann aus nach süden richtig da unten ist das ja also liskor gewalt marschieren können wir nicht mehr also müssen wir hier übernachten im röm einmal jagen bitte sieben probierend hast du gibt mal ein bisschen was ab sonst bist du auch gleich wieder überladen das muss ja nicht sein so außerdem fühlen sich die anderen helden in der gruppe bestimmt auch wohler wenn sie ein wenig mehr nahrung in der tasche haben so wachen sind direkt hier über und quenlen und kräuter suchen jallen vier stunden ein domstängel fünf tannelen und ein wirselkraut sehr schön liskor ich hätte schwören können wir wären hier schon mal durchgekommen aber komischerweise haben wir keine karte außer direkt irgendwo verschleudert oder ist in seinem ganzen krimskrams untergegangen aber rutschen wir einfach nochmal durch und schauen dann auf der karte ob da irgendwo graue punkte sind ja wären aber wir brauchen kein waffenhändler mehr aber für die zukunft ist schon mal praktisch dass wir wissen dass wir hier eventuellen waffenhändler finden können so wir wollen nach tos vorher noch einmal schlafen das ist vollkommen ok wachen wie immer jagen brauchen wir dieses mal nicht aber kräuter sammeln ist fast immer drin drei tannelen schalafen und weiterreisen so jetzt sind wir in tos und hier suchen wir ein gewissen eine gewisse jasma tinma stotter dafür suchen wir erstmal die nächstgelegene schenke auf wenn ihr so früh schon auf hat was ich bezweifle das war einmal falsch hier schon wieder ein ausgang aber ich glaube es ging hier noch weiter genau da ist der nächste ausgang und das war es auch schon mit der stadt damit dürfte die karte also soweit durch sein was haben wir denn wir haben da eine schenke da eine schenke da eine schenke und da noch ein schwarzes fleckchen dass ich aufdecken möchte so wie spät haben wir es wir haben es 13 uhr 13 uhr reicht nicht ich glaube 16 uhr gegen die schenke erst auf kein bier vor vier und so haben wir es jetzt wir 14 uhr das hilft nicht wirklich gucken wir so lange noch mal da noch in die nische rein ob da vielleicht irgendwas interessantes ist oder wird klappen einfach so schon die häuser ab die crema sind echt überall nein nein sind ja bloß 23 dutzend häuser wo man reingucken könnte neben dem heiler im heiler zu wohnen muss eben schon komisch sein ich meine zu den zeiten hier war heilkunst ja auch noch nicht so effektiv wie heutzutage hustt hustt und da ist die ansteckungsgefahr doch ein wenig höher denke ich und die tostel schenke hallo tostel schenke wir kommen nun mit mühe fort das ist nämlich gerammelt voll wir hätten gerne sechs bier und ihr könnt euch doch hier aus kennt ihr vielleicht jas martin maßdotter sicher sie wohnt hier erst seit kurzem in hasgas haus gegenüber der herberge na gut gegenüber der herberge das war eine schenke also eine taverne ist das hier eine herberge ja der lustige eber also gehen wir mal geradeaus und dann vielleicht hier das wäre gegenüber der herberge aber vielleicht meint er ja auch so oder so also gehen wir mal an das haus nein das haus nein die sieht nicht sehr freundlich aus jas martin maßdotter das haus sieht so aus als sei es erst kürzlich von jemand eingezogen worden oder bezogen worden ihr klopft Momentchen ertönt von drinnen eine frauenstimme es dauert etwas dann öffnet eine schwarzhaarige frau von etwa 30 jahren die tür sie schaut euch entstaunt an guten tag wem habe ich die ehre ich glaube das ist die erste schwarzhaarige mit der wir es zu tun haben aber gut ähm wir stellen uns vor sie denkt kurz nach ach so ihr wollt sicher zu hasgard hasgason tut mir leid aber der wohnt nicht mehr hier nein wir suchen jas martin maßdotter wir könnten fragen wo dieser hasgard son lebt aber wir wissen ja gar nicht ob der für uns relevant ist also nein wir suchen jas martin maßdotter mich sucht ihr fragezeichen ausrufe zeichen das gibt's doch nicht was wollt ihr denn äh ihr seid doch mit hügelig verwandt ganz und gar nicht aber er hat mir schon viele probleme begreitet ach was lasse ich euch hier draußen stehen kommt doch rein sie ist doch freundlicher als ihr aussieht aber schaut euch bloß nicht um es herrscht ein heilloses chaos ich bin nämlich erst vor ein paar tagen hier eingezogen sie hat maßlos untertrieben überall steht krempel herum ihr müsst aufpassen dass ihr nicht stolpert und euch das genick brecht erstmal räumt ein paar kisten frei holt aus dem nebenzimmer stühle herein und meint ihr sollt es euch irgendwie gemütlich machen also wo war ich stehen geblieben ach ja dieses schwert jetzt weiß ich wieder natürlich habe ich sein schwert nie gesehen aber man muss wohl mit diesem pergament herausfinden können wo es steckt das war nämlich so das ganze durcheinander hier kommt nicht nur davon dass ich umgezogen bin kaum dass ich hier in toss angekommen war ihr müsst wissen früher habe ich in kleine gewohnt stand diese eigenartige gestalt vor meiner tür fragt mich nach einer karte die vom alten hügelig stammt ich habe natürlich nichts verraten tags darauf kommt er mit zwei schränken von kern wieder und nimmt mir die bude auseinander die karte natürlich gefunden und mitgenommen ich sag's euch wenn ich den noch einmal in die finger kriege dann inzwischen weiß ich sogar wo er sich rumtreibt da gibt es so eine alte verborgene ruine kaum zu finden auf dem weg nach toss ein kleiner fahrt etwa zwölf meilen von hier man muss ganz um den berg herum bevor man von dem gebäude überhaupt etwas zu sehen bekommt oh das schreibe ich mir mal auf also äh vor toss ruine in klammern schläger ich habe den verdacht das ist dieser händler kolborn der die kartenteile sucht der benutzt jetzt wohl recht dreiste mittel gucken was sie noch zu sagen hat ach ich rede unterbrochen und dabei vergesse ich ganz die gastfreundschaft ihr mögt doch sicher noch einen schluck oh ja gerne sie holt einen krug aus dem nebenzimmer sucht ein paar becher aus den verschiedensten ecken zusammen und schenkt euch ein zum wohl was wollt ihr eigentlich mit hügelig schwert schaut sie euch auf einmal fragend an wir können jetzt sagen dass wir vom hättmann kommen oder erstmal die ganze geschichte erzählen wir erzählen einfach mal die geschichte ach ja sagt ihr das nicht eben schon im auftrag des hättmanns das ist natürlich eine große ehre für euch der hättmann erteilt nicht jedermann einen auftrag er muss euch für zuverlässig halten da will ich euch nach besten kräften unterstützen ich weiß wie ihr vielleicht weiter kommen könntet wir kommen schon weiter wenn wir die ruine finden aber erzähl ruhig weiter meine familie hatte mal zwei karten aber eine davon hat mein vater beim spielen verloren warte mal wie heißt er denn noch wohnte damals in otterche aber das ist schon fast 40 jahre her ich höre arenson den habe ich auf meiner liste ganz unten stehen obwohl mir der name bekannt vorkam gut den haben wir also schon und dann könntet ihr noch beim alten umbrick nachfragen der kennt jede menge leute wohnt in orville umbrick war der droide richtig in orville guter umbrick siebenstein jagd gorapöse droide das habe ich schon durchgestrichen wir können so wieder mit jemandem verscherzen indem wir nachhaken oder wir können uns bedanken ich hake mal nach im moment fällt mir leider nichts ein was euch noch unterstützen könnte tja leider muss ich euch jetzt rausschmeißen denn ich habe hier mehr als genug zu tun sie begleitet euch zur tür und verabschiedet sich herzlich von euch joa na gut wir haben zwar kein kartenstück direkt gefunden aber irgendwo soll hier wohl eine ruine sein und in dieser ruine werden wir uns in der nächsten folge mal umschauen hier gibt es nur leider keinen tempel zum abspeichern das finde ich mehr als schade aber sei es drum dann halt auf die altmodische tour speichern lp 39 und wir sehen uns gleich wieder da bis zum b bei 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 Bis zum nächsten Mal.